... und jetzt die erste junge Dame in der rhythmischen Sportgymnastik, Milena Marinova aus Bulgarien. 15 Jahre jung, mit ihrer Reifenübung. Sie gewann bei der letzten Junioren-Europameisterschaft drei Goldmedaillen mit dem Seil, dem Reifen und dem Ball. Also eine Turnerin, die die Zukunft sicherlich noch vor sich hat. Die Bulgarien, die ja jahrelang diese Sportart dominierten, haben in letzter Zeit sich von den Russinnen überholen lassen müssen. Die Bulgarien, die ja jahrelang diese Sportart dominierten, haben in letzter Zeit sich von den Russinnen überholen lassen müssen. Sicherlich ein interessantes Angebot neben dem Kunsttornein. Also eine zweite junge Dumme, die dort eine wichtige Haarge ist, die